Tag, herzlich willkommen, während der Vessel noch hier synchronisiert. Deine Mutter hat ein Bart. Tschüss. So, während ich noch synchronisiere, machst du schon hier die Ansprache und fliegst einfach mal da rüber. Ja, sehr schön. Dann katapultiere ich mich auch mal rüber auf die andere Seite. Das war es ja schon hier, in diesem Level. Das war ja mau. Da lässt er mich auch noch von der Kamera verlieren. Was gibt es denn noch hier? Ja. Du kannst es einfach nicht. Los, weiter her. Zack. Hol nicht rum. Ciao. Au! Warum bin ich denn da von der Wand geflogen? Das ist aber kacke. Ja, und jetzt stehe ich hier wie angewurzelt. Halt, warte, 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 warte. Ich habe eine Idee. Kann man denn da hinschießen? Nee, ne? Oder? Geht das? Das funktioniert. Versuch dich mal durchzuschießen. Nee. Geh mal weg. Sonst hinschießen. Gut. Ja, mach dir mal, dann schieß dir mal da eins hin. Und da oben drunter. Und dann müsstest du durchfliegen können. Du hast meins kaputt gemacht, du Arschloch. Dann musst du dir da noch eins hinschießen. Los. Und jetzt da oben eins hin. Mach da oben eins hin. Ja, geht doch. So, jetzt musst du mir da oben eins hinschießen. Und auf die Seite hier eins hin schießen. Ja, oder da. Äh, nee. Das bringt gar nichts. Das bringt nichts. Wie soll ich... Mach, komm. Wie soll ich denn hinkommen? Du schießt einen auf den Katapultiermörer. Da rein. Und einen da hin. Ja, und dann fliege ich vor die Wand. Nee, dann fliegst du ja durch. Ja, okay. Dann zeige ich es dir einmal kurz. Fong. Du bist nur ein Depp. Hier brauche ich ein Teil hin. Ja, wie soll ich da ein Ding hier machen? Da ist... Komm ich nicht hin. Warum nicht? Warte mal. Du kannst nicht von... Da oben, wo du bist... Da eins hinschießen, ne? Nee. Ähm... Fuck it. Warte mal. Ich kann mir da eins hinschießen. Zack. Den da hin. Das heißt... Ich muss da einfach nur rausfliegen. Ja, das geht auch. Oh, fast. Scheiße. Warte mal. So. Zack. Hopp. Nein. Das muss klappen. Warte mal. Ey. Gibt es doch nicht. Die mich verarschen hier. Hopp. Nein. Ja, du musst nochmal zurückkommen. Wir müssen halt anders machen. Nö. Ähm. Guck mal her. Ich schieße dir mal hier einen hin. Wo hast denn du mich von hier hin katapultiert? Oder hingeschossen von dem Ding da? Dich von da... ...auf die andere Seite katapultiert. Ist halt so eine Wand, wo du zwei Mopeds hast. Und dann kannst du halt da durchfliegen. Ähm. Warte mal. Lass mal kurz was ausprobieren. Was ist denn, wenn ich... ...wenn ich dir den hier schieße? Du schießt mir hier... Ne. Doch. Ich muss den schießen hier. Ne. Warte, 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 warte. Den muss ich schießen hier. Den musst du schießen. Ja. Mit dem. Ne. Ich muss den schießen. Den musst du schießen. Wobei, warst du... Also. Ja, doch, das geht, das geht. Warte. So, und du machst hier das Türchen auf. Du musst den aber erst oben schießen. Boing. Wie erst oben schießen. Warte, warte, warte. Nochmal, lass mal kurz überlegen. Wenn man durch dieses Tor hier fliegt, dann ist das Ding weg. Ja, jetzt ist dein Moped nämlich nicht mehr da. Auf der anderen Seite. Dein Ding ist nicht mehr da. Wenn du durch dieses Tor hier läufst, dann sind die mal weg. Okay. Ah, pass mal auf. So. Ja, und jetzt? Jetzt schießt du dir dein eigenes... Deinen eigenen Katapult. Habe ich ja. So, einmal da. Und da, genau. Hüpf rein. Ja, dann komme ich da durch. So wie du gerade. So. So. Und du? Was hättest du jetzt gerne? Guck mal, mein Orangener ist noch da. Mein Orangener ist noch auf der Seite. Ja, wie soll ich da hin reinkommen? Dafür müsste ich da rein. Du kommst da rein? Warte mal. Kann ich hier mal durchgucken? Monsens. Kannst du hier echt nicht hochspringen? Warte mal. Guck mal, wo ich jetzt gerade bin. Wo ich gerade war. Kannst du da nicht hochspringen? Fing mal nochmal. Ja, genau. Genau. Andersrum. Halt. Ne? Das könnte klappen. Ja, aber wenn ich hier reingehe, dann ist er ja weg. Ne, pass auf. Du machst den einen hier oben hin. Da. Oder auf die andere Seite. Genau. Hä, wie bist du denn jetzt hier? Wie bist du denn jetzt hier hingekommen? Achso, okay. Genau, den machst du auf die andere Seite. Und dann machst du den anderen oben ans Katapult dran. Ja. Und dann zeige ich dir jetzt mal, was passiert. Ja. Lass kommen. Ah, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ähm. Du hast ja da hinten, wenn du gerade ausguckst, da oben. Da hinten. Hast du ja auch noch so ein Ziel, so eine Zielscheibe. Ja, da habe ich eine Zielscheibe, aber da kann ich nichts hinschießen. Ne? Ne. Und hier kann ich auch nichts drücken. Das ist einfach nur eine Zielscheibe. Das, pass auf, es muss schon irgendwie so funktionieren, dass du aus dem Teil hier oben rausfliegst und dann da in Mainz rein und mit dem Schwung weiterfliegst nach da oben. Weil da müssen wir eh hin. Also versuch mal irgendwie, ja, irgendwie da rüber zu kommen. Indem du den blauen da oben schießt und den lilanen dann da. Und dann... Ja, aber das passt ja nicht. Weil wenn ich jetzt da reinspringe, sprich hier in den, dann fliege ich ja hier oben, klatsche ich hier gegen die Wand. Fuck. Hä, wie machen wir das denn dann? Ist ja bescheuert. Warte mal. Ja, sonst haben wir aber keine Teile mehr. Ähm. Warte mal. Ja. Wenn du hier im Portal geschossen hast, ne? Das, was da drüben ist. Und du springst durch, bleibt das dann da? Jetzt oder? Jetzt ist das Portal weg. Ja, komm mal rüber. Komm mal runter. So, du schießt dir mal hier im Portal. Da. Bei so einem Katapult-Scheiß. Ja. Den kriegst du von mir. Warte. So, jetzt noch mal. Ja. Ja, dann komm ich hier durch. So, nirgendwo schießen. Nicht schießen. Deine Dinger sind jetzt aber weg. Ja, und dann? Kann man die nebeneinander passieren? Was meinst du? Versuch's. Das müsste gehen. Wenn du den ganz außen hin machst und den anderen auf die andere Seite. Ja. Geht nicht? Mhm. Wo ist denn dein Zweiter? Ich hab noch keinen Zweiten. Der Punkt ist, sobald ich hier durchgehe, ist meiner ja weg. Ja. Das heißt, das Einzige, was ich von hier aus treffen kann, ist die Wand. Mhm. Kannst du nicht echt ganz links und ganz rechts hinschießen? Was machst du denn jetzt? Ja, durch die... Durchs Glas kannst du nicht schießen. Nein, aber der... Der haut den immer mittig, egal wo ich hinschieße. Okay. Ähm... Boah, das kann doch nicht so schwer sein, oder? Wir sind doch... Warte mal, ich hab ne Idee. Nicht so bescheuert. Okay. Wenn du da rausfliegst, dir das nächste Portal da unten zu schießen. Nee. Ja, so ähnlich hab ich das ja auch gerade gemacht. Ja, aber es geht nicht. Ähm... Jetzt wirst du gestorben. Gratulation. Halt die Fresse. Ach, warte mal. Ich hab's doch. So einfach ist es. Spring einfach mal durch. Ey, ist das bescheuert. Guck mal, siehst du, wo du bist? Wie hast du das denn jetzt gemacht? Ich hab einfach... Ich hab ja noch den einen da... an dem Portal da unten dran. Da, wo du... wo die Feder ist. Ja. Und hab das zweite Portal dann einfach hier reingehauen. Anstatt da hinten hin. Und wie kommst du jetzt durch? Ja. Das ist jetzt noch ne Frage. Aber hier oben ist ja nix. Das heißt, du musst auf jeden Fall dich auch so... Du musst dich auch so katapultieren. Ja, ist da hinten nix? Da? Hier ist doch nicht die Kamera. Aber... Ja, nicht irgendwo ne weiße Fläche oder so, wo man nur das abschießen könnte? Nö. Okay. Ähm... Ja, das heißt... Ja, das heißt... Du... Boah. Kommst du von da aus, wo du bist? Kannst du da hinschießen? Nein. Ich kann da oben hinschießen. Und hier hin. Und da hinschießen. Ja, das bringt mir aber nicht viel. Mh... Irgendwas hat ja wohl hier diese Zielscheibe auch noch zu suchen. Ja, hier kann ich nichts machen. Kannst du mich hochheben? Heb mich hoch. Heb mich hoch. Hoch. Ja, toll, ey. Da ist ja Fettklopster vorgegangen hier. Scheiße. Aber ich kann dir ja unter den Rock gucken. Mh... Ich seh deine Schaltkreise. Sexy. Okay. Ja, kacke. Das Ding müsste hier bleiben. Ja, aber wenn du runter gehst, ist der wieder weg. Na ja, klar. Mh... Wenn ich springe, auch nicht. Schieß mal. Nein, es bringt nichts. Kacke. Ja. Kann ich hier reinspringen und das war's. Und bin wieder unten. Fuck! Ähm... Mach mal. Mach mal. So. Nein. Au. So. Geh durch. Ja. Das klappt. Ja, weil trotzdem bist du dann immer noch da. Halt, ich weiß es. So, spring rein. Und schieß nichts. Hast du? Guck mal. Was hast du jetzt gemacht? Sind so bescheuert. Ich hatte noch mein Portal da hinten hängen. Oder nicht? Hier, du kannst da nochmal reinspringen und kommst wieder hier hin. Ey. Dass wir bei so einer Scheiße so lange aufhalten. So was Hammer-Simples. Ja, machen wir mal. Ja, hier noch eine Runde Schnick-Schnack-Schnuck. Und dann würde ich sagen, war es halt auch schon wieder mit dieser Folge. Alter, finde. Wird geschmeckt. Ja. High five. Kacke. Wenn du jetzt nochmal gewinnst, hast du wieder drei Siege. Ja, du hast keine Chance. Ach. So, und mit dieser Runde verabschieden wir uns und gehen schon mal hier Richtung, äh, Richtung Damenumkleider. Kloake. Und wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ja, Mann. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.